Musik Heyho Leute und willkommen zurück in der wunderbar bombastischen Welt von Mass Effect Andromeda Ja wir starten im Menü denn die Kat sind ein Anflug Unsere Nemesis in diesem Spiel quasi wollen jetzt wirklich über die Barrikaden schlagen Und wir haben gar nicht mal so viel Leben und Munition geht auch zu Neige Das wird ein durchaus episches Gefecht jetzt gleich mal habe ich das Gefühl Ich gehe mal raus aus dem Ladebildschirm, das ist feige So, ähm, habe ich dann wieder Munition, ja ich habe schon mal ein bisschen Sniper, das finde ich sehr, sehr geil Wir können auch ein bisschen aus der Entfernung Sniper, das finde ich sehr gut Mach du Schast Da kommen sie Kommt doch Jetzt kommen sie von da drüben, alles klar Soll es sich doch passieren Es ist halt schön, dass der von uns überhaupt kein Schaden Oh shit Ich gehe mal ein bisschen bedeckter halt Gut gemacht, Cora Die hat auch einen Sturmangriff drauf, ich sehe es schon Geile Tamta Hi Cora So, hier sind wir anscheinend fertig, das heißt, wir müssen zum nächsten Relikt, wie es aussieht, ok Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Nomad Die Kette sind wirklich anscheinend interessiert, ich glaube dieser Wir brauchen den anderen Hand So, ich muss zu hoch Ich bin dir leide über den Felsen drüber um die Komitektur doch nicht der Nomad Alla! Ja, klettert hier durch die Berge wie sonst was. Sehr, sehr geil. Der Bergsteigermode vom Nomad ist krass. Kann man einfach umschalten und ein bisschen auf Speed gehen. Hat nämlich so eine krasse Federung, aber wir sind trotzdem schneller. Oh, er kann doch springen. Geil! Er macht ja was. Ja, sie mag den Nomad. Der Nomad fährt sich so geil. Er fährt sich tausendmal besser wie der Marco in der alten Masse. Tausendmal Snoofer. So, jetzt haben wir diese Höhle wieder mal passiert, wie wir in der letzten Folge schon waren. Ich mochte die Vorstellung eines zukünftigen Eos, die wir vor Beginn unserer Reise hatten. Grüne Wiesen, Flüsse, Wälder. Ich frage mich, wie es hier letzten Endes wirklich aussehen wird. Weniger Todesstürme wären ganz nett. Wir werden es hinkriegen. Ein Pathfinder genügt, um alles zu verändern. Das ist nämlich gerade Frage. Wenn wir diese ganze Atmosphäre, die Dings, also die ganze Atmosphäre hier wirklich umkehren, die Atmosphäre hier wirklich umkehren, und die Atmosphäre hier wirklich wieder schön bewohnbar wird. Letztlich dann wieder der komplette Planeten, bitte hier grün, wachsen hier dann Wälder und so weiter. Dann bleibt das hier so eine trostlose Einmute, weil ich würde hier nicht wohnen wollen. Urlaub machen, ja. Mit dem Nomad rumflosen, ja. Aber nicht wohnen. Was ist das hier? Sind wir schon richtig? Gibt's aus. Das sieht nach einer Art CAT-Einrichtung aus. Diese Arschlöcher haben meine beste Forschungsstätte übernommen. Sie werden sie nicht ohne Kampf in die Nähe des Monolithen lassen. Was sind denn für dreckige Schilden? Ich reiß euch ins Stift. Leute. Achtung, CAT! Einer dahin. Leute, wir rücken vor. Ich mach mich auf den Weg. Ich bräuchte mal ein Heilungspack hier, ohne Scheiß. Okay, es wird spannend. Ohohoho, die Granate! Haha, geil! So was Entdeckung ist, weißt du, ne? Ich zeig dir die Shuttle, Mann. 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 Das ist nicht geil. Alter, drauf ballern! Alter, drauf ballern! Das ist ja der Invasion! Also die KI ist nix schlau. Das, 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 da ging eigentlich ja nix. Aber... Ich kriege doch irgendwann die Munition aus. Das ist das Problem. Kommen die oder müssen wir vorrücken? Das ist das. Das, 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 das... Leute, wir rücken vor. Einer da, einer da. Leute, go. Hier bei Rückenweckung. Also die Sniper lässt sich... Guck, fieser, die Hände! Oh, schluss, ne? Wir kriegen mit Kettbeutung. Nachlan, ist down. Wir sind ein tolles Team. Ach, Gott. Ich hab schon scheiße wenige Munition, ne? Ein scheiß kleines Magazin, wie ich damit war. Is down. Ah, Schiss! Jetzt hätte man hier keinen Sniper. Wie sollte man hier kämpfen, ne? Ohne Scheiß. Ohne Sniper kriegt man hier ja gar nichts. Obwohl, man könnte ja Stück für Stück über die Barrikade hier trocken. Wussten Sie, dass wir hier sind? Wahrscheinlich. Hier runterfallen wahrscheinlich das andere raus. Geil. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Bass dich. Ähm, nicht festbacken, Kallor! Oh, komm! So, hoch hier! Auch nicht rein. Das ist alles komplett abgeschwärt hier, ne? alles komplett abgesperrt hier komplett abgesperrt was ist das hier alles klar was ist das jetzt bin nervös nichts wie hin bevor doch noch mehr kommen wer sind sie wer bist du zu rallusaurus drecks also ich weiß nicht wie das sind korgane aber es sind verdammt alle korgane so wie es aussieht beeindruckender auftritt auf jeden fall wissen von der nächsten war ein beeindruckender auftritt natürlich das war ziemlich cool klar war ist das ich weiß immer noch nicht wer sie sind ich bin der pathfinder tatsächlich nennen sie mich rider sie verzeihen dass ich fremden von der nexus nicht vertrauen sie haben uns korgana nicht gerade gut behandelt was machen sie hier draußen behaupten uns ja machen wir nicht nur sie machen hier draußen jagd auf cat mit der bewaffnung erlegen sie eine ganze armee die nexus weiß nichts über die cat sie wähnt sich sicher und wartet im weltraum doch nur auf den tod ich bin jetzt schon eine weile im einsatz ich schalte cat basen aus und bekämpfe bodentruppen ich weiß was sie können schön ist es nicht wissen sie wir könnten ein korgana wie sie gebrauchen drag schmeichelhaft aber wissen sie wie viele menschen nicht schon sterben gesehen habe sie sind fleisch und behindern mich nur außerdem helfe ich der nexus erst an dem tag wieder an dem die wolken sich teilen und die cat hinüber sind nichts mehr ungut schon okay gut denn langsam langweilig mich und die cat werden immer stärker sie scheinen sich besonders für diese alien tech zu interessieren die relikte ja genau die ich suche mir jetzt was worauf ich schießen kann passen sie auf ihren kopf auf alter ich suche mir jetzt was worauf ich schießen kann der typ ist das ist mir mega sympathisch aber was ist das bitte er ist ja vor vielmehr tot ähm wir stecken das mal weg aber mega krass also der typ gefällt mir ohne scheiß der ist die mehr desto besser oder wo ist der nomad den haben wir irgendwo dahinten stehen gelassen ne das ist nicht so gut was wir machen aber hier haben wir wieder so ein Teil wie es man nennt ja das kennen mich ruhig sie müssten in der lage sein diese gelösen zu orten Pathfinder wir müssen einfach nur den Boden gucken und gucken wo die Leitung liegen da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da lang, da alles klar, kriegen wir hin oh mein Gott, was ist das? was ist denn da hinten irgendwo, puh die strahlungswerte sind rapide angestiegen Pathfinder nicht so schlimm nicht so schlimm wo denn? ja, natürlich jetzt würde ich eigentlich schon scannen können theoretisch ja Lebenserhaltung wieder hergestellt ich sehe nicht von dir so aber weiter die Leitung haben oder haben wir die? ne haben wir die Leitung haben wir die Leitung haben wir die Leitung haben wir die Leitung jetzt aber wir haben noch die da drüben gerade gewollt oder nicht tue ich bitte gerade ja wir gehen einfach mal drüben hoch das ist auch nicht mal ein paar mehr Symbole das ist immer ein bisschen kasseres Rätsel und da brauche ich nicht drei vier Anläufe sondern 17 ich glaube das genägt wahrscheinlich hoffentlich wenn ich mich nicht wieder so blöd an der Stelle so ähm diesmal kein Rätsel also ich nicht schlecht aber ich find's geil erledigt erledigt die Monolithen sind online und verbunden mit etwas im See das könnte der Hauptschalter sein den wir suchen wir treffen uns dort und dann nehmen sie nichts ohne mich ok wie sie da drüben ok dafür hole ich mal den Nomad ganz schnell wieder ohne Nomad fahr ich nirgendwo ohne Nomad fahren wir wirklich nicht wo mitten auch was ist das ist das ne Rakete das sieht geil aus ohne scheiße was ist das was ist das keine relevanten Taten das ist entscheidend nur eine Statue oder irgendeine Vorrichtung die wir nicht kennen was sieht auf jeden Fall krass aus wo ist das hier ein Behälter ooooh ja war mal alles die Generator was haben wir das jetzt gebracht könnten wir recht in den Show sehr geil ich find's wirklich geil dass man wirklich auf den ganzen Gebäuden herum klettern kann das ist mega geil und unten sollte der Nomads sein uah 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 ja auch Doppelsprung ne Doppelsprung gab es bei dem Spiel nicht ne und so jetzt haben wir zu diesem See runter ne ist das richtig ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert ja aber wir sind doch eh hier im Nomad drin das wird eigentlich geschubst sein oder nicht wir sind da runter alles zu klar das kriegen wir auf jeden Fall Leute show around the mode wir sind doch nicht show around the mode nein 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 we have a problem what's that? what's that being? ich schätze das wars ist schon tot was ist sie? geil wir haben irgendwas gesammelt ich weiß nicht was und wofür aber wir haben irgendwas gesammelt so Leute was sagt jump and run und er besser sagt jump down wie können wir ins Wasser nehmen? ich glaub wir sollten auf die andere Seite von dem riesigen See hier obwohl so riesig ist halt gar nicht ja wir haben riesige das muss ich überhaupt mit denen abziehen drehen wir es ab oh shit was ist das? Achtung aber wir nicht spawnen ich glaub das ist schon die kleinen Ballern doch nochmal reichen ist schon tot ist schon tot auch tot weißt es hier im Hintergrund vielleicht wenn man den kracken hört das könnte von meinem Gewicht hier gerade liegen ich stehe gerade vor meinem Fenster Tür so nein ich mach das Fenster jetzt nicht zu dann wird die Bremse noch heißer werden dass es auch schon ist so haben wir es denn jetzt? ja da ist immer noch was in der Ferne einer sollte es noch sein der ist da gescheitzt hat der kleine da ist ja noch einer ja ohne scheiß das ist so eine geflage ne die werden nicht sein die respawnen doch die respawn ne wir fahren weiter die respawnen das kriegt nix die respawnen das wird überhaupt nichts wegzuknallen die sollten wir rüberkommen rein theoretisch weil da ist es ja auch so aus das wäre dann ein Ansatz von der Brücke gewesen alle erwischt ich find's schön dass der da einfach stehen bleibt Leute ich würd sagen dieses Relikt oder besser gesagt dieses Rätsel dieses Endrätsel quasi vielleicht ist es schon das Ende des Planeten was ich nicht glaube denn man kann auf jeden Planeten Außenposten errichten man kann stether bauen wie irgendwo und so weiter und Kolonien anlegen und das werden wir auf jeden Fall auch in diesem Planeten machen oder vor allen anderen Planeten natürlich auch aber Leute lasst auf jeden Fall ne klicz keine Kritik da oder Verfässerungsvorschläge alle so unten in die Kommis und auch ne klicz keine Bewertung wäre wirklich sehr nett von eurer Seite aus so dann verabschiede ich mich mal wieder mit einem Ray und sagt tschau macht's gut und bis zum nächsten Mal Leute tschau wieso züge ich die Waffe friedlicher Rider tschau Leute tschau Leute das wird nicht unsere Heimat ich bin dazu bestimmt das Unbekanntes zu erforschen wir sind diese Kerle wir suchen wie wir Kolon schaffen Sie sie ins Shuttle Ha, 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 gut gemacht. Er hat ihn gehört nie an. Er hat Zugang. Zeigt keine Gnade, tötet ihn. I'm only human, I'm only human, I'm only human, Lord, if it's the first day on me, there's no one to blame on me. I'm only human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me.